Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Gold. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch die Arena gekämpft, stehen neben Jens und ich würde sagen, Malte darf loslegen. Ich kann doch mal kurz gucken, wie sind jetzt die Werte auf Level 24 bei beiden. 48 zu 47, ne, oder Spezialangriff 42, ein bisschen mehr Spezialangriff. Dafür hat er auch noch ein bisschen mehr Verteidigung. Ja. Mir ist übrigens eingefallen, wir haben doch gute Chancen gegen Ganker. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass die legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an die Lieselegende, daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Ich sehe tote Menschen. Ich meine noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich die Zukunft sehen, in der das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Mir ist eingefallen, dass Ganker in dieser Edition ist sowas von toll. Nutzlos. Es hat nämlich, ja, Spukball ist physisch. Gengar hat keinen physischen Angriff. Es ist wie seine Verteidigung, nicht existent. Von daher, hm, das könnte eigentlich noch gut gehen. So, Nebula hat Malte mal locker in einem Schlag weggeknabbert. So, Alpollo. Welches von beiden? Das schwache erstmal, okay. Vielleicht erreicht Malte sogar noch Level... Nein! Nein! Moment, kannst du Traumfresser? Moment, ne, 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 ne. Das Risiko geben wir nicht ein. Sofort aufwecken. Nachtnebel. Na gut, immerhin nur 21 KP. Geht noch klar. Auf gleichem Level könnte Malte vielleicht sogar doch schneller sein als... Gengar kommt jetzt schon. Was ich malte... Es geht auf die Verteidigung. Verteidigung hat Tyrakok die bessere. Okay, los Tyrakok. Los, Triton. Das aussieht. Kommt, als würde es ganz reinkommen. Hi. Ich bin der Boss. Surfer. Oh, gut, ich hatte nicht getroffen. Wie viel zieht das ab? Oh. Doch so viel. Haha, ist er wieder nicht getroffen. Ein Surfer noch. Hm. Dann trifft er doch. Triton schläft. Hm. Tief und fest. Egal, wir haben noch Aufwecker. Denn jetzt kommt wahrscheinlich der Traumfresser. Ja. Das war so klar. Du bist so durchschaubar, Gengar. Aber das hat dir nichts gebracht. Du bist weg. Haha. Okay, aber ich muss sagen, ich habe auch Glück gehabt, dass die Hypnose jetzt mehrmals daneben ging. Hui. Das ist eine Menge Erfahrung. Das letzte Apollo, das kann Malte nochmal machen. Dann erreicht er auch sein Level 25. Also hat es wahrscheinlich nicht gemacht, aber belassen wir es mal dabei. Bis. Nachtnebel. Malte knabbert dich einfach weg und bringt uns den vierten Orden. Oh yeah. Und nicht ein Level-Up für ihn. Ich bin doch nicht so gut genug. Diese Orden soll dir gehören. Yay. Und wieder Geld. Und den Phantom-Orden. Oh yeah. Durch den Phantom-Orden gehör ich in dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können die Pokémon die Surfer beherrschen. Die sind auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. Mit kurzem Lag. Spukball, ne? Das ist Spukball. Verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setz ihn ein, wenn er dir gefällt. Kann jemand theoretisch Spukball lernen? Nein. Sehr gut. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Ort Nummer 4. Der Dank geht an Malte und Triton. Ich glaube, Malte hat es auch ganz alleine geschafft. Aber ich wollte auch Triton ein bisschen was zu tun geben. So, als nächstes. Richtung... Anemonia City? Wie ist die Stadt so? Jedenfalls nach Westen. Moment. Äh, Zintopomorina. Da, da. Äh, Oliviana. Hä, wo war ein Anemonia? Ach, Anemonia war da unten. Obwohl, Anemonia ist gar nicht mal so falsch. Das ist auch der nächste Orden. Von daher. Wie viel Erfahrung fehlt jetzt bitte Malte fürs Level ab? 25 für 25. Okay. Makes sense. Hm, ich würde mal schnell ein Level abgeben. Geben wir hier unten mal eben schnell irgendein Pokébot umprügeln. Vielleicht entwickelt er sich auf Level 25. Wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Na, na. Was kommt denn hier? Ein Damm-Hyplex. Kommt ja doch mal. So, hier. Weiß mal zu. Hm. Sieht gar nicht mal so viel ab. Na gut. Das ist auch nicht mehr sehr effektiv. Und hier geht der Silberbild hier verdächtig oft daneben, oder? War später auch immer so gewesen? So. Level 25. Keine Entwicklung. Schade. Aber damit ist Malte erstmal genug trainiert. Jetzt erstmal wieder Millie und Silph dran. Ne, wobei Millie bekommt noch mehr als genug Training. Der bekommt endlos Training. Und das wird's auch brauchen. Also Millie und Silph sind unsere Pokémon für die nächsten Arena. Und... Ui, coole Musik. Und, äh, Millie wird auch entwickelt sein bei der nächsten Arena. Vorher gehe ich da nicht rein. Weil ich weiß, was da kommt. Und das ist böse. So, holen wir jetzt mal ein neues Pokémon. Hoffentlich. Radikal. Hatten wir schon. In weiblich. Hatten wir auch. Level 16. Ich glaube, unseres war 15. Bin mir aber gerade nicht sicher. Hm. Radfratz. Gehört zur gleichen Evolutionsreihe. Ich hab nicht mal so das Radfratz mit Radfratz... Das Beispiel mit Radfratz und Radikal genannt. Äh, das gilt natürlich auch rückwirkend. Also, wenn ich Radikal habe, muss ich jetzt nicht unbedingt einen Radfratz fangen. Von daher zählt's nicht. Milltank. Ui. Cool. Ich werd's zwar nicht benutzen, aber... Trotzdem cool. Das war ein Volltreffer. Was? Vielleicht werd ich's doch benutzen. Ich glaub, wir schwächern's noch ein bisschen weiter runter. Aber cool. Hm. Hm. Vielleicht soll ich einfach den Überwald schmeißen. Nennen wir dich denn, mein liebes Milltank. Ich glaub, es gab keinen, der ein Milltank werden wollte. Ich habe eine Person dabei, sie wollte... Irgendwas einfach werden. Soll ich's mir einfach aussuchen? Hm. Ob sie ein Milltank sein möchte? Ich glaub, wir schwächern's doch noch ein bisschen. Ich glaub, ich nenn das Milltank nach ihr. Ja. Es ist weiblich. Es ist ein starkes Pokémon. Und es ist drin. Aufgrund der vielen Nährstoffe stellt seine Milch das ideale Getränk für Kranke und Schwache dar. Es ist quasi eine Krankenschwester. So. Unser Milltank heißt... Serie. So. Ich hoffe, sie wird mir dafür nicht böse sein, dass ich sie nach einem Milltank benannt habe. Oder es ist ein Milltank nach ihr benannt habe. Was hat er sein für Werte? Holla, holla, holla. Wie schnell ist das, bitte? Ich dachte, Milltank wäre ein Labus-Pokémon. Holla, holla, holla. Äh, so. Der Trainer da oben. Jetzt erst einmal. Ich glaube, wir behalten das einfach im Mittag von einer Weile lang im Team. Bis wir wieder in ein Pokémon-Center kommen. Ich war im Ausland. Deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Ja. Und Schein. Ach, ein Matrose. Pierre. Fellino. Das Dörp-Gesicht. Hi. Oder so. Ach ja, wenn jetzt noch die ganzen Matrosen kommen. Also die ganzen Kampf-Pokémon kommen jetzt auch noch. Zusätzlich zu den ganzen Wasser-Pokémon. Slam. Das klingt irgendwie so episch. Wum, 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 wum. Unnecessary-Crit. Oh yeah. Deine Fähigkeiten sind spitzenklasse. Sind wir nicht sogar gleich... Ich wollte gerade schon sagen, bei der Lon-Lon-Farm. Ne, bei der Milltank-Farm. Ranch. Milltank-Ranch. Bist du ein guter Trainer? Wenn ja, zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird? Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und seine Pokémon gut behandeln. Und nicht sterben lassen. Und Bianca töten. Äh, ich meine besiegen. Vati. Nee. Da schicken wir unser eigenes Vati entgegen. Du möchtest mich Donner-Schocken? Ja, der Schock mich aber nur geringfügig. Ich zeig dir, wie ein richtiger Donner-Schock aussieht. Auch nicht unbedingt besser. Ein schockierendes Battle. Nehmen wir den Teckel. Zieht ein bisschen mehr ab. Ehrlich, Vati. Muss das sein. Paralisieren wir dich erst einmal. Schock dich nicht. Ha, ha. Na gut, dann machen wir daraus ein Donner-Schock-Pattle. Ich mach Volltreffer. Du nicht. Bitte aber kein weiteres Elektro-Pokémon. Und Level 24. Noch 6 Level. Ein Don. Ein Don ist gut. Das kann mir hier ganz locker umhauen. Jo. Locker. So, Göros-Marie wurde besiegt. Ich verstehe es. So kämpfst du also. Ja. Ich besiege Pokémon. Du blockierst mir gerade den Weg, du Idiot. Jetzt probiere ich etwas aus, was ich heute gelernt habe. Pokémon kämpfen? Also, wenn du es heute erst gelernt hast, dann bist du 10 Jahre zu spät. 10 Jahre? Kommt das hin? Oh, Pandiros. Das kann hoffentlich nichts Böses. Meditation. Es stärkte sein Angriff. Wobei es keine physischen Attacken hat. Keine guten. Nicht, dass ich es wüsste. Das ist nicht sehr physisch. Aber man dürfte wehtun. Ja. Äh. 10 Jahre? 2003? Ne, noch länger. Wann habe ich Pokémon zum ersten Mal gespielt? 5. Klasse? Das war 1999. Ja. Das kommt etwa hin. Dumm, 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 dumm. Doch, ich glaube, in der 5. Klasse hatte ich Pokémon schon. Da habe ich, glaube ich, meinen Gameboy damals bekommen, als ich aufs Gymnasium kam. Also 99. Kommt das etwa hin, weil als Pokémon rauskam? Kam nicht so 99 herum? 98, 99 raus? Die Edition? Sollte ungefähr hinkommen, ja. Also 14 Jahre mittlerweile. Dann bist du 14 Jahre zu spät. Ich fordere mich im Pokémon besiegen willst. Du kleiner Trainer, du. So, lassen wir Serie erst mal noch auf der Box. Ich habe auf jeden Fall eine Menge guter potenzieller Pokémon für später. Die ich eventuell mal trainieren möchte. Wenn ich mal jetzt einfach nur so durch die Box schaue. Äh, Aronair nicht. Taxo auch nicht. Derp. Derp vielleicht? Pripedo vielleicht? Miphi? Psi? Cheataman? Hä? Moment. Wir hatten schon einen Raupi. Stimmt ja, ist unser Stinky. Ups. Hm. Okay. Na gut, dann hatten wir halt noch eins. Und Serie. Also wir haben doch ein paar gute Pokémon, die wir einsetzen können in Zukunft. Und falls irgendwas passiert oder falls wir noch mehr brauchen. Da freuen wir auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, das war es von dieser Folge. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier weiter um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.